Die Antwort auf all die Fragen, die du dir stellst in deinem Leben, sie liegt direkt vor dir. Stimmig und sehr in mir angekommen, das sah vor zwei Tagen aber noch anders aus, da war noch alles da und ganz viel Trubel. Du kannst dich öffnen und fallen lassen, du hast hier einen guten Rahmen, um gemeinsam zu wachsen, du fühlst dich wirklich als Tribe, als Gruppe und du kannst Freunde gewinnen, mit denen du danach weitermachst. Auch wenn du schon einen weiten Weg gegangen bist, um hier sein zu können. Der Weg geht jetzt los und der Weg beinhaltet dich zu zeigen, nicht mit dem, was vielleicht andere immer von dir sehen wollten, sondern mit dem, was du wirklich selber in dir fühlst und spürst. Die größte Selbsterkenntnis findet in dem Moment statt, in dem wir uns mit einem anderen Menschen verbinden. Das Kämpfen ist vorbei, wenn du dich jetzt dafür entscheidest, kannst du loslassen. Das ist dieser eine Schritt, der Mensch, der das in der Hand hat, das bist du. Und dann hört die Welt auf, in Trennung zu gehen und verbindet sich miteinander. 3, 2, 7. Untertitelung des ZDF, 2020